Wir sind heute hier in Rom. Wir haben eine jahrelange Partnerschaft mit Matteo Salvini und jetzt ist Matteo auch Innenminister und Vizepremier in Italien geworden. Das freut mich sehr, denn gemeinsam wollen wir für unsere Heimatländer in Europa auch sicherstellen, dass die illegale Migration gestoppt wird und da werden wir morgen auch offiziell uns zusammensetzen und diese Probleme zu lösen. Heinz-Christian, finalmente können wir auch mit dem Regierung arbeiten, um die Grenzen zu unterstützen, um die Italiener und Austerien zu unterstützen. Seit vielen Jahren die Lega und die FPÖ arbeiten zusammen in Europa. Jetzt ist es eine historische Zeit, um die Europa zu unterstützen, um die Grenzen zu unterstützen, um die Grenzen zu unterstützen, um unsere Bürger zu unterstützen. In Bocca in Lupo und wir sehen uns bald in Vienna. Auf eine gute Zusammenarbeit mit der Lega Nord und unseren italienischen Freunden. Mit der Lega Nord. Schön, schön! ! Wir sehen uns beim nächsten Mal.